willkommen bei gta san andreas heute mal in der stadt unterwegs und gucken was man hier vermisst oder bauen kann ich werde erst mal hier mit dem ki eine kleine runde hier pol oder wie es heißt spielen keine ahnung angezeigt scheiß egal höher gehe ich nicht so los geht so der ki ist dran das war wie komisch gerade passiert ist was hat denn das so ein fehler hat das jeder gerade gesehen dazu geschlagen uns nichts passiert wie schwach muss denn dazu gehört zu mord haben kugel versenkt wird doch ich gleich noch mal sind die kugeln alle mal da fliegt da eine rein die doch die doch doch die doch rein fliegen die doch die doch rein fliegen die doch die klubbe rein fliegen oder falsche farbe versenkt ki ist dran das ist ja die die weiße kugel hat einfach hin gesporent irgendwo anders das ist ja mal ein spiel hier schon wieder hat es die leise kugel irgendwo hin gesporent auf dem tisch ja versenkt richtig schwarz da ist das spiel gleich vorbei die weiße kugel habe ich versenkt das ist doch schnell müsst kai ist oder dran total stumm ich war nicht war nicht so der trifft jetzt bestimmt wieder und er hat gleichzeitig die weiße kugel versenkt doch dann faul bin ich wieder dran boom sehr sehr komisch hat genauso getroffen wie ich ganz schwach da unten liegen zigaretten stimmel stimmel oder wieder die dinger heißt stimmel und das sieht assoziieren aus falsche farbe versenkt bin ich wieder dran das ist so klar weil er die weiße versenkt ein glück ne ich muss die halben versenken aha ich muss die halben kugeln versenken ich habe noch drei und er hat noch zu er doch wenn er die seine zwei vollen falsche ausgetroffen ja die 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 vollen alle drin hat doch da die schwarze kugel reinhauen was jetzt der fall ist dann noch zwei volle kugeln da ich glaube das wird letzt sogar schon die schwarze kugel reinhauen das ist doch noch einmal die hat doch doch die falsche farbe versenkt oder die weiße versenkt nein 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 doch knapp was ist das denn mach dich doch eine mach dich doch einfach fertig machen wenn es so einfach gehen wird ihn zu schnell zu besiegen dann Vielen Dank. So, jetzt gucke ich, dass ich die Kugel da rein kriege. Dann braucht man eine Kugel versenken, dann darf man die schwarze Kugel versenken. Der KI. So, jetzt darf man die schwarze Kugel versenken. Und ich habe immer noch meine zwei Halben. Aber in der Position, scheiße. So, jetzt hat er gewonnen. Wenn er jetzt die versenkt. Ja, das war's. Hab verloren. Ne, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen sogar. Weil der hat die schwarze Kugel zu... Der hat aufgegeben. Der hat sich selber K.O. gehauen. Ich will jetzt noch mal ein Duell. Ich habe jetzt gewonnen. Äh. Ich habe gewonnen. So geht man ja aus der Bar raus. Du mal nochmal ein bisschen angeben. Hier, guck mal, ich habe einen Schläger an der Hand. Guck mal, ich habe es geschafft hier. Ich habe jetzt, ich habe jetzt den Polspieler hier gewonnen. Das ist doch schön. Ja. Ich habe jetzt den Polspieler hier gewonnen. Ich habe jetzt den Polspieler hier gewonnen. Ich habe jetzt den Polspieler hier gewonnen.